ein herzliches Willkommen zu FIFA 16 Let's Play. Wir spielen weiter mit dem Ultimate Team. Noch ein Sieg bis zum Titel, noch ein Sieg bzw. ein Unentschieden wird sogar schon reichen, aber ich möchte nicht auf Unentschieden spielen. Ich bin ein Sieg, noch ein Sieg, noch ein Sieg. ich komme plan hier fitness vertrag es geht gar nicht na ja wir wollen ja mal spielen jetzt weiter weiter wir sind besser angeblich angeblich ja in die anderen spieler einstellungen wir spielen natürlich auf profi und spielen geht doch ich wollte wenigstens ein tor schießen würde den aufstieg haben sie schon sicher völlig verdient nach dem bisher doch souveränen ich bin noch nicht so gut im freistößen da jetzt hat er den ball wieder und jetzt ein schuss der keeper hat den ball der war nicht platziert genug irgendwie ist dieser spieler wie ein fremdkörper in dieser mannschaft vielleicht sollte der trainer mal beiseite nehmen und schauen ob er dem team auf einer anderen position besser dienen kann ein punkt leute ein punkt ein verdammter punkt dort mache ich denn da er könnte mal zum mitspieler der jetzt ist die kugel weg der das wird gefährlich Ich habe nach oben gedrückt, du Sack. Gutes Stellungsspiel unterholt er sich den Ball. Lappert! Da verspät er das Tor außer dem Platz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Da geht er vorbei! Was ist denn los? Oh Leute, ich bin heute so schlecht oder was? Der Ballbesitzer ist weg! Jetzt müssen Sie dranbleiben! Jetzt gibt es einen Einwurf! Und jetzt gehen Sie über die Flügel! Das müsste es sein! Da kommt er raus und hält den Ball! Oh Mann! Oh Mann! Gibt es jetzt die Gelegenheit! Den Ball holt er sich! Jetzt sind Sie am Ball! Sehr gut reingespielt! Gut aufgefasst! Er hat die Flanke! Was ist denn los, Alter? Ich bin hier... Ich bin total leise, ne? Ich laber nicht! Oh Mann! Das ist die Chance! Er schießt! Wow! Glück gehabt! Richtig viel Schwein! Das muss man ja mal sagen, ne? Ich hatte doch den Ball! Ja komm! Raushauen! Ich glaube, ich laufe zu viel mit den Leuten! Defensiv! Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter! Hoher Druck! Ah! Dann läuft der andere Typ weg! Was ist das denn? Ich habe doch Spielerwechsel gedrückt! Oh! So ein Dreck, Alter! Und das kotzt mich manchmal an bei FIFA, ne? Er macht nicht das, was du willst! Du könntest eigentlich viel besser sein! Warte mal Upside! Das habe ich schon gesehen! Und die lassen sich nochmal Zeit, ne? Oh! Oh! Was? Wie spielst du denn? Ah! Da spielt er lieber mal zum Torwart zurück! Gute Flanke! Gute Flanke! Das nennt du eine gute Flanke? Alter! Was hat er denn? Oh! Mann! Du ein Scheiß! Tut mir leid Leute, dass ich nicht so viel meckere! Das kotzt mich manchmal so an, ne? Ich spiele doch nicht schlecht, oder doch? Spiele ich so schlecht? Meine Mannschaft ist immer nur kacke! Aber man muss auch mal in der schlechten Mannschaft gut spielen können! Das ist das Problem! Die Teamchemie stimmt hier überhaupt nicht! Ich glaube bei 51% glaube ich! Ist das das Problem! If fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel! Er hatte Pech bei seinem Aluminium Treffer! Da war er einmal ganz nah dran! Eine ordentliche dubliche... Kein Grund zur Aufregung! Es ist abgefifften! Da stand er im Abseits als das Zuspiel kam! wie zufällig der ball immer zum computer geht zufällig da konnte totale defensive richtig abwehrriegel alter weiter vom rot alter nur eine gelbe was der hat doch nur einen kopfball gemacht abwehr regel wir hoffen konnte ich kann hier rum wie ich will ich krieg nicht den den ich haben will ja wie soll ich das machen wenn ich ganz alleine bin das kann doch nicht seine da ich bin hier nur am motzen das geht ja gar nicht was mache ich denn da wie er sich da rein genau in den mann gedreht hat das kann doch nicht sein das ist doch es ist kein team boah neun ja da war auf einmal der torwart im weg und er packt sich auf die fresse was ist das denn alter das ist doch nicht mehr normal oder das ist doch nicht mehr normal das war klar sehe ich auch ein aber hallo kommt ja ich kann jetzt gerade nicht gleich drei minuten ich habe meine power ist weg ich war noch ein spieler zwei neue spieler euch aber drei minuten macht das haben wir noch genau das war das spiel ist vorbei wir haben die titel gekriegt naja ich hoffe es hat euch spaß gemacht wir sehen uns beim nächsten mal oh oh ich weiß es schön Machen wir Eltour. Genau. Wir haben jetzt 3400. Wir gucken noch mal im Shop nach. Silber, ne? Und warten wir noch einmal. Den warten wir noch einmal. Und dann ist gut. Okay Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Und vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.